hier haben wir einmal die meteorschläge von nico gekauft beim zimmermann gibt es wahrscheinlich auch woanders habe ich bisher aber noch nicht woanders gesehen sehen sehr schön aus muss ich sagen so ein bisschen alt gehalten da werden wir jetzt so ein stück von zünden sind in einer schachtel drinnen wie der erste mit der ohrschlag die haben so ein bisschen so ein vorbrenner dem als erstes hören könnte vielleicht im video und den rumz also die sind schon ordentlich laut muss ich sagen ja die haben es schon in sich für die größe wieviel NEM 3,7 gramm NEM sind hier drinnen hier auf jeden fall ordentlich für die größe von den nächsten zwei also mich überzeugen sie sich machen wir mal ein bisschen näher gleich sehr sehr lauter knall muss ich sagen ein bisschen mehr jetzt auf jeden fall die haben power in sich sage ich mal so ich würde die auf jeden fall gerne kaufen ich gebe eine kaufe empfehlung raus